MSR Electronic ist ein deutscher Hersteller von stationären Gaswarnanlagen für Gebäude, industrielle Anlagen und in der Schifffahrt. Im folgenden erklären wir Ihnen die einzigartige Exchange-Technologie der Gassensoren der Polyxeter Produktserie. Was beinhaltet eigentlich die Exchange-Technologie? Bei der Exchange-Technologie handelt es sich um einen einfachen Sensorkopfwechsel direkt an der Anlage, quasi Plug-and-Play. Deckel auf, Sensorkopf wechseln, Deckel zu und den zu kalibrierenden Sensorkopf einfach per Post einsenden. Eine Kalibration vor Ort ist somit nicht erforderlich. Das Wechselkonzept von MSR Electronic bietet Ihnen wesentliche Vorteile bei der Wartung, die je nach Gas und Vorschrift ein- bis zweimal jährlich anfällt. Ihre Vorteile dabei? Sie sparen sich erhebliche Zeit und Kosten, es handelt sich um einen einfachen Wechselprozess, MSR Electronic oder ein zertifizierter Partner sendet Ihnen die neu kalibrierten Sensorköpfe zurück und Ihre Anlage unterliegt somit einer erhöhten Sicherheit. Wie einfach der Sensorkopfwechsel funktioniert, möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Zunächst schrauben Sie den Deckel des Gehäuses auf und nehmen ihn ab. Anschließend ziehen Sie den Stecker ab. Dabei leuchtet sofort die Kontroll-LED gelb auf. Nun schrauben Sie den Sensorkopf ab und schon haben Sie den alten Sensor ausgebaut. Mit wenigen Handgriffen bauen Sie den neuen oder neu kalibrierten Sensor in das Gehäuse ein. Sobald Sie den Stecker des Sensors mit der Platine verbunden haben, erlischt die gelbe Kontroll-LED. Damit garantiert MSR Electronic mit SIL 2 zertifizierter Software die Funktion. Am Ende setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben ihn zu. Der Wechsel ist vollzogen und der neu kalibrierte Sensorkopf ist sofort einsatzbereit. Die Exchange-Technologie kann simultan auch für die Polyguard-Wechselsensoren SC2 und MC2 angewendet werden. Dank der Exchange-Technologie sparen Sie sich das aufwändige Prozedere der Kalibrierung vor Ort. Diese kann bei einem zertifizierten Partner oder bei MSR Electronic in Auftrag gegeben werden. Selbst bei einem Fehler muss nicht, wie bei anderen Systemen, der komplette Transmitter abmontiert werden. Der Wechselkopf kann jederzeit vor Ort getauscht werden. Sie senden die verbrauchten Sensorköpfe an MSR Electronic oder den zertifizierten Partner und erhalten sie neu kalibriert zurück. Bei der nächsten Wartung tauschen Sie die Sensorköpfe einfach wieder aus. Außerdem erhalten Sie zu jedem neu kalibrierten Sensorkopf ein Kalibrierprotokoll.